Herzlich willkommen auf unserer Homepage. Mein Name ist Urada Tiedemann von Giszycki. Ich bin Geriaterin und Palliativmedizinerin und leite als Chefärztin die Abteilung für Geriatrie in der Asklepios Klinik in Bad Oldesloe. Die Geriatrie, auch Altersmedizin genannt, ist die Abteilung, die sich mit der Weiterbehandlung oder Behandlung von älteren Patienten beschäftigt. Bei uns in der Abteilung arbeitet ein breit aufgestelltes Team aus Ärzten, Therapeuten und Pflegenden, damit Sie nach einer schweren Erkrankung oder auch einer Operation rasch wieder auf die Füße kommen. Es gibt die Möglichkeit einer tagesklinischen oder auch einer vollstationären Aufnahme in Abhängigkeit vom Schweregrad Ihrer Erkrankung. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich. Unser Ziel ist es, Pflegebedürftigkeit zu verhindern und Ihre Autonomie wiederherzustellen.